Diese Demo zeigt unser X-Roads Projekt, in dem wir einen Multi-Touch-Table mit einem Roboter verbunden haben, um herauszufinden, inwiefern sich das Spielerlebnis verändert, wenn wir zum Beispiel eben einen Roboter als Mitspieler haben oder wenn wir eine hybride Variante eines Brettspiels umsetzen. Eines der Hauptziele war die Kombination von Vorteilen analoger Spiele und Vorteilen digitaler Spiele. Also bei digitalen Spielen haben wir ja den Vorteil, dass wir Sounds einbauen können, dass wir komplexere Grafik einbauen können, Animationen einbauen können und vor allen Dingen, dass ein Computer Berechnungen im Spiel durchführen kann. Er holt ihn minus ein und als er sieht, dass er nicht entkommen kann, bleibt er stehen und hebt die Hände. Am Fuß des mittleren Baumes fangen wir an zu laden und stoßt bald auf eine Truhe. Da hört ihr raue Stimme hinter euch. Mehr Schatz, wir hören Daten! Gebt die uns und wir lassen euch leben! AX, wir ziehen eure Waffen!